Und hier gibt es mal eine Runde Bücher, 1 Euro Einsatz. Hui, hübsch. Da nehmen wir auch eine volle Kiste. Hm, kein Vollbild, schade, schade, schade. Und es wurde sich mal gewünscht. Schauen wir mal rein. Mal gucken, was das wird hier. Ach komm, einer geht noch. Das war zu viel Mensch. Konzentrier dich doch mal. Los. Na, das wäre schon ein Utikon. Na. Schade. Oh, da könnte ja langsamer was passieren hier. Nicht mal die 20 könnte er uns. Jetzt aber los. Die dritte. Jawohl. Ey, nun komm, zeig uns was hier. Boah, das ist jetzt ein Ernst, ey. Läuft ja mal überhaupt nicht. 1 Euro. Niedlich. 1 Euro. Niedlich. 1 Euro. Niedlich. Niedlich. das scheint eine neue Nummer zu sein das war dann einmal nichts, naja, Versuch war es wert und dann nehmen wir doch mal hier eine 10er Runde mit Action Games Und dann nehmen wir doch mal hier eine 10er Runde mit und wir können hier einen Runde mit und dann nehmen wir doch mal hier eine 10er Runde mit und da sind wir doch mal hier in der Mitte auf den Punkt auf den Punkt auf den Punkt Und die Nummer 10. Ja, warum nicht? Und dann gibt es hier mal 15 Freispiele, 1 Euro Einsatz. Und die dritte. Und die dritte. Nur aber. Frechheit. Ja, schön knauserig. Dann gibt es hier mal ein Röntgen. Oh, es ist drei so eine Flatterkippe. Also manche Freispiele kannst du ja wirklich eine tolle klatschen. Und heute wollen wir mal hier reinschauen, machen wir mal einen Euro und 20 los. Nimmer. Der bleibt zu. 1,7. 1,7. streng ihn mal ein bisschen an hier Alter, knappe Kiste Na Wahnsinns! Ausbeute! 5,20 Euro! Echt süß! 3,20 Euro! 3,20 Euro! 3,20 Euro! Schauen wir mal noch eine Runde weiter hier. Zündet nicht so wirklich. Und heute gibt es mal hier eine Runde. Schauen wir mal, ob wir was abstauben können. Lange nicht gespielt. Boah, fällt ja nur zurück. Oh, guck an! Oh, mal voll die Kiste hier. Na! Kommt nichts mehr dazu. 46 und 50. 46. 46. 46. 46. 46. 47. 49. 49. 45. 45. Am prints rockill. Am prints rockill. 40. 70. 46. Die HARStore! Her hat inени Cadhu! Das ist gerade schon so richtig funzt, tut er aber nicht hier. Wechseln wir noch mal noch mal.